Hier sehen wir ein Landseite-Zimmer. Nichtraucher-Zimmer. Hier sind genau. Tobi wohnt hier. Und Tobi, wie gefällt es dir? Gut. Schön. Es riecht auch gut hier bei dir. Oder hast du gespürt? Nein, das riecht von sich aus so. Bei uns war das nicht so. Echt nicht? Ich glaube, das ist fast noch ein wenig größer. Schön, du. Balkone, dann hast du hinten das. Oder siehst du das mehr von der Seite auch? Ne, sind hinten raus. Spaltplatz. Am Eingang. Superschön.